Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW BFA, wir leveln mit Morbine in Voldun. Dieser Helm, Alter. Das heißt schon mal gesagt, wenn das so designt ist wie bei den Pharaonen früher, mit den Sarkophagen, dann war das ja einfach der super mega Weed-Troll-König des Jahrtausends. Der hat sogar rote Augen hier, ich meine, der war gerade im zu doll geklorten Poolschwimmen. Das haben sie sogar in seine fucking Totenmaske eingearbeitet, diese Helme. Die triggern mich, einfach unendlich, Junge. Gut, wir wollen weitermachen und ich weiß gar nicht mehr genau wovon. Es ist so viel Levelei hier mit dem Lehrling-Diskurs, natürlich. Wir sind ja immer noch am Nahrungsbeschaffen und dann brauchen wir natürlich auch einen Lehrling. Wir brauchen eine Leute, die können anfassen, die können mit ranklotzen, ja. Das ist einfach so. Leute, ich habe heute erfahren, dass ein guter Freund von mir sein Studium wechselt. Und zwar nicht irgendwie von Geologie-Gedöns zu BWL oder so, sondern von Deutschland nach Rumänien im Bereich Medizin. Man kennt es so, es passiert einfach so, was man da auch machen muss. Nur mal so Interesse halber, interessiert eh keinen außer mich. Aber ich wollte kurz anschneiden, wie schnell sowas gehen kann, ne. Gestern hast du noch gesoffen in Halle und auf einmal heißt es ja so, zack, ich bin jetzt in Rumänien. Ich bin jetzt Rumäne. Richtig krass. So vorher gefühlt 7000 Tests rund um die Welt machen, ja. So wie Joko und Klaas-Style. Und dann Attacke. Ja, ist krass immer, wie schnell es geht, ne. Wie schnell es wirklich gehen kann und zack, bist du woanders, Junge. Ruckzuck. Wille Saurolisten. Tötet 8 Schuppenklauen Saurolisten. Natürlich, der hat Angst hier in seinem Korb. Der hat einfach Angst in seinem Korb. Möglicherweise lecker. Wir sammeln Saurolisten-Eier. Ja, das ist noch der Lehrling, der hat noch Geschmack. Der gibt sich nicht zufrieden mit diesen miesen Mistkäferinnereien und so. Der sucht noch was Erlesenes. Ja, der ist noch frei. Der ist noch nicht durch den Kapitalismus im Endstadium irgendwie eingeknickt oder so. Und wir müssen erstmal Kräuter sammeln. Als ob du jetzt auch das Kraut sammelst. Nein, machst du nicht. Du bist ein guter, ne. Ein feiner bist du, ja. Bester Mann. Leute, dann. Uldihiro. Uldihiro. Ich bin ganz zufrieden, wie es läuft. Wir haben jetzt die ersten vier relativ smooth gelegt, ohne größere Probleme. Das habe ich auch erwartet, weil ich die Mechaniken machbar fand. Alles, was da passiert. Also EKF wird es dann bei sowas wie, ja, jetzt eben Wektis, Suel, Mytrax, Gahun, das wird schwierig. Sowohl vom Gierstand eben das mit den Wochen aufzuholen oder da vielleicht einiges dann auch verzeihbarer zu machen mit höherem Gier. Ist ja klar. Ja, also sprich, es wird schwer, die, glaube ich, eher zu legen, als dass alle schönes Equip haben und vielleicht den ein oder anderen Uldia-Arts Retraid und so ein Kram. Und ja, da bin ich höchst gespannt, wie das der Fall ist. Und es hat sich so rausgestellt, wie es eben im Gefühl hatte, ne. Weil Wektis ist auch so ein Boss. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Das ist so ein rotes, ich blende es mal kurz ein, wenn wir auf diesen Sauholisken einhageln. Das ist so ein rotes Blutelementar, ne. Und genau so ist auch der Raum, Freunde. Und wenn ihr Hero raidet, wenn ihr konzentriert seid, wenn ihr mythisch raidet, was auch immer. Und ich bin beim Raiden halt konzentriert. Ja, das ist nun mal so. Mal mehr, mal weniger. Man kennt die Mad Moments, ne. Ich mache euch ja auch nichts vor, Freunde. Und dementsprechend, dieser ganze Raum ist rot. So richtig dunkles, nutten, reeperbaren Puffrot, ja. So, und dann bist du bei diesem Boss zwischen 21.30 Uhr und 23.10 Uhr. Und in dieser Zeit machst du nur diesen Boss. Wenn du wipst, okay, keiner hat einen Heiler beehrt, musst du kurz reiten, schnappst kurz frische Luft da in diesem Zoolgebiet, ne. Da ist alles ein bisschen titanmäßiger, ein bisschen heller. Und dann gehst du wieder rein, wieder in diesen Puffroten Raum. Und das ist ein Blutboss. Was passiert? Blutvoids, Blutads, alles ist rot, Digga. Beide Tanks, Blutdkars, ja. Alter, ich war so müde. Wir waren so müde. Das ist kein Boss, den du irgendwie am Ende des Raids tryen solltest. Ich meine, wir sind auch Mutis, ja. Wir sind ja auch überwiegend doch eher kasualisiert angehauchte Spieler, ist klar. Wir wollen Hero schnell genug durchbekommen. Aber was nicht ist, das ist er nicht, ne. Da ist er nicht so methodmäßig 200 Tries auf dem Boss und gib ihm, bis er liegt, schläft hier keiner. Nein, das ist ja nicht der Fall. Unsere Raid-Zeiten sind zweimal die Woche, 19 bis 23. Und bis jetzt haben wir eigentlich immer alles geschafft, was wir wollten. Auch wenn Patch 8.1 sehr, sehr geil, mit sehr, sehr geilen, schönen Neuerungen und so weiter lockt. Und wir ein bisschen Angst haben, dass wir vielleicht zu früh kommen, wir das erste Mal wirklich Druck haben. Aber das glaube ich eigentlich nicht, weil Blizzard sollte ja am besten sehen, wo die Spieler gerade im Content stehen. Und ja, ich glaube, da sind wir für so eine gut gelaunte Truppe noch ganz gut dabei auch. Und dementsprechend denke ich schon, dass da keine Zeitprobleme gibt. Dennoch, mal sehen. Ihr merkt schon, ich bin voll überzeugt davon. Aber das war ein Boss, Alter. Ich war so müde. Ich habe dann nur mit allen geschrieben. Ich bin ja auch dann die soziale Ansprechrolle für alle. Bolias macht die Raid-Leitung. Der ist so da, wenn du Probleme hast mit deiner Klasse, wenn du rausfliegst, wenn du heute nicht kommst, schreibst du den an. Und wenn du müde bist, wenn du mad bist, dass du keinen Loot bekommst. Wenn du, weiß ich nicht, Probleme mit deiner Frau hast, die dich nicht raiden lässt, dann wisfert man den Daddy an. Den Gildedaddy, den neuer Rang-Confort. Das bin dann ich immer. Und dieses Mal waren es so 90% des Raids, die dann gefühlt schreiben, ich bin so müde. Ich bin so müde. Und dann unsere Musik-Plus-Cory-Filme. Unsere etwas härteren Spieler, die doch schon so voll sämtliche Biss-Starts aller Klasse im Kopf haben. Und die re-wallen, sobald sich irgendwas auftut und so. Die dann die ganze Zeit, boah, der liegt jetzt gleich und so. So, keiner hat mehr was gesagt, alle geschlafen. Ist schon schön, ne. Die Raid-Atmosphäre, es ist mir immer wieder ein Fest. Und ich finde es immer wieder überraschend. Und überraschend im positivsten Sinne, dass doch alle auf dieser Ebene miteinander klarkommen, ne. Dass man sich mittlerweile aufgrund der bestehenden Truppe auch da nicht ankeift. Also ich habe immer ein bisschen Angst, dann ab so einem bestimmten Punkt auch, ne. Wenn man wirklich wieder und wieder an derselben Scheiße vibet. Und immer wieder, dass man dann irgendwann anfängt, auch bei spezifischen Leuten so auf einer nicht spielerischen Ebene, wisst ihr. Wie ich meine, so das zu übertragen und zu suchen. Und dann Probleme hochkochen auf einer Ebene, die eigentlich nicht da sein sollte in diesem Bereich. Also sprich, ganz einfach, dass es persönlicher wird. Und das ist einfach nicht der Fall, ne. Da wird durchgezogen, da werden die Zähne zusammengebissen. Die Augen nochmal weit aufgerissen, ja. Bevor man sich aus dem Stuhl ins Bett katapultiert. Und dann wird er weiter getriet, ne. Ende vom Lied. Der Boss lag nicht. Aber, aber wir danach alle im Bett, Freunde. Das war die Geschichte, die ich in diesem Zusammenhang mal erzählen wollte zu Ulder Hero. Es gibt gefühlt auch mehr Random Drops von Trash als Boss-Loot, ne. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Boliath zieht ja aus jedem Dungeon irgendwie eine gefühlt Item-Level 500er Titanforge Bliss-Waffe mit Sockel, ne. Im Red kriegt der Mann keinen Loot, frag mich nicht. Aber, ja, ansonsten, ansonsten alles schön, ja. Ich mag die Mechanik, ich mag die Bosse bis jetzt. Ich hab jetzt wütende Regeneration gezogen, wollte eigentlich nur auf den Mob werfen. Es kann so schön sein, Freunde. Es kann so schön sein. Liebe Leute, die zukünftig vorhaben, ihren Monk zu leveln, ganz, ganz wichtig, holt die Berührung des Todes raus für die Rare-Mobs. Also klar, wir wissen, wir haben uns schon drauf geeinigt zu leveln ab 118 aufwärts. Und so ein Scheiß, das ist einfach Cancer, ne. Die Skalierung, die tut weh. Nehmt früh, nehmt frühs möglich. Und das werden wir auch machen. Druss war in der Kriegskampagne der Horde mit, ne. Denn Druss war es eine Zone, die einfach so undankbar skaliert, umso höher dein Level ist, ne. Die hat eine tolle Story, die hat ein tolles Ambiente. Ich bin da sehr, sehr gern auch im Kronsteig anwesend. Mega Dungeon. Aber die hat so ein unfassbar undankbares Scaling bei allen Mobs, die da rumlaufen, dass ihr ab Level 116 spätestens. Einfach nur am Kotzen seid, ne. Deswegen bei der Horde-Kriegskampagne frühs möglich Druss vernehmen. Meine Empfehlung zum Schluss die Ragadesund und dazwischen dann mit Rexa eben das Sturmsanktal, ne. Das ist so ein bisschen, wer es nicht kennt, die Garnisonskampagne eben, ne, wo wir in die anderen Kontinente der anderen Fraktionen aufbrechen. Und da unsere Posten aufbauen und, äh, ja, warum diese Empfehlung habe ich eben schon gesagt, ne. Geil, ein Quest-Set, Alter. Eins von 10.000 Teilen. Cool, nehme ich mit, ne. Quest-Set nimmst du mit, der Gart-Attacke. Was fehlt denn noch? Was fehlt noch? Ach, wir müssen noch welche töten. Die Kleinen zählen nicht. Das sind Jungtiere. Das ist sehr sozial. Das ist der Lehrling wieder, ne. Der steht mitten im Leben, der weiß, es ist schlecht, Kinder zu töten. Wir töten die Eltern, ja. Waisenkinder und gib ihm. Das ist doch was Feines. Ja, das muss ja auch passieren. Einer muss es machen. Letztendlich, Freunde. Ja, das wissen wir. Einer muss es letztendlich ja wieder einmal machen. Ich hatte gerade noch irgendwas im Kopf. Ihr habt das gemerkt. Die Themen flohen gerade so, oder? Ich hatte tatsächlich heute ein paar Sachen, über die ich mit euch reden wollte. Aber ihr wisst auch, wie meine Gedanken flohen. Ihr wisst ja, dass alles sehr schnell passiert. Auf irgendeiner Meta-Ebene ist es einfach alles sehr mystisch, ja. Alles, was in meinem Kopf passiert und letztendlich aus dem Mund und den Ohren rauskommt, das ist alles ganz, ganz mystisch. Ja, auf jeden Fall. Total krass. Es gab früher immer eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Und in jedem Fall wird es ziemlich ekelhaft werden. Das ist die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das von Mittelohrentzündungen kommt oder so. Früher, ich kenne das noch vom Kinderarzt. Nicht von mir selber, aber da waren auch immer Fälle, wo die Kinder so mega harten Ohrenschmalz haben. Naja, wir reden jetzt über Ohrenschmalz. In Woldun kommen, das sieht ja auch alles aus wie Ohrenschmalz, Alter. Stellt euch nicht so an, come on. Und dementsprechend, ne, die hatten so mega harten Ohrenschmalz. Und das will ich mir gar nicht vorstellen. Gebt euch vorne in eurem Ohr so mega, so kristallartig, Alter. So richtig räudig. So, das muss mega wehtun dann im Gehörgang. Boah, boah, ne, an dieser Stelle. Shoutout an den weichen Ohrenschmalz, oder? Das war, by the way, absolut nicht das Thema, über das ich mit euch reden wollte. Aber es ist trotzdem passiert. Wille Sauberlisten. So, du ist es sicher. Du kannst rauskommen. Und wir haben Eier und wir kriegen Junjis Eieruhr. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, komm, wir nehmen die Eieruhr. Epic. Ja, dann andermal. So, ich bin frei. Ich kann es kaum fassen. Ja, ein Zandalari-Junge, ne. Ehrenmann. Jetzt sind meine schönen lila Wolken, die wir immer ausstoßen, weg, ne. Mit Terrier jetzt angespannt. Und ich werde alle im Lager wissen lassen, dass sie mich gerettet haben. Ja, wir sind voll die Heldin und so. Ja, richtig cool auf jeden Fall. Moin, meine Prinzessin. Voidlord ist wieder da. Ihr müsst gar nicht auf den Namen gucken. Man weiß es einfach, ne. Wenn die Suppe wieder mit extra Wahnsinn gewürzt war, dann stand Voidlord wieder in der Küche. Ja, ansonsten, wie gesagt, Mechaniken und so. Mega toll. Ich bin immer noch voll gehypt von dem Raid. Klar, ich kotze auch nach dem fünften Raid. Why? Ja, das bleibt nicht aus. Aber es geht weiter. Ja, es geht immer weiter. Flatstand ist tot und unsere Alpacas sind zurück. Jetzt ist da nur noch das Problem, dass Mojumbo uns alle abmorksen will. Und das ist natürlich so ein Problem, das will man jetzt ungern haben. Ja, das... So, meine Herde ist da. Meiner Familie geht's gut. Ich verdiene Geld. Ach ja, und da sind noch... Äh, weiß ich nicht. Diese Leute auf der Straße, die mich alle töten wollen, ne. Und jetzt das Problem. Ich hab nicht mal eine Haustür. Ja, also ich kann mich nicht mal so schein-sicherheitsmäßig einschließen. Äh, schon schwierig, ne. Ist das eigentlich noch so, da ist das auch so ein urbaner Mythos, dass in den USA eh alle die Türen offen lassen? War das nicht irgendwie so? Da gibt's ja auch Leute, die hoffen einfach, dass du ihr Grundstück betrittst, dass sie sich abknallen können und so, ne. Aber das war doch so, ne. Irgendwie, ich hab da irgendwas im Hinterkopf. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, ne. 99 Luftballons, Alter. Flüssige Motivation. Zorgen bedeutet, euch näher zu kommen. Er ist eindeutig betrunken. Geil. Mein NPC. Ich hab Informationen über Mojambu. Äh, äh. Ja, glaubt mir nicht. Niemand achtet auf den Betrug. Ich hör alle möglichen Dinge. Oh. Oh, das ist interessant. Was habt ihr schon? Ja, alles, was ihr euch küsstet, eine Flasche Edel-Sanchulitropfen. Was sagt ihr, Mann? Ja, da ist er wieder normal, ne. Denn, ladies and gentlemen, dieser Edel-Sanchulitropfen für den Dorfsäufer, der kostet mal schlappe 95 Gold. Und ich weiß nicht, Freunde, ich werfe auch gern dem ein oder anderen Musiker, Obdachlosen, sonst was in der Straße, mal was in den Hut. Aber 95 Euro waren noch nicht dabei. Ne, vielleicht nach dem Lotto-Gewinn, aber 95 ist eine Ansage. So, ja, es ist schon Jahre her, dass ich eine Edel-Sanchulitropfen probiert habe. Ja, ist ja auch ewig weg, die Bar, ne. Schwierig. Ähm, ihr habt euren Teil der Abmachung eingehalten. Also halte ich auch meinen ein. Schön. Ich find's schade, dass sowas nicht synchronisiert ist. Ich find, das bietet sich an. Ich hab Mojambus Bande die Arena-Auskundschaften sehen. Ich hab gehört, wie sie gesagt haben, dass Mojambu Verstärkung für den Kampf angehört hat. Er bekommt jetzt Rückendeckung von Tongos Mannschaft. Okay. Erfolge die Gangs, ne. Tja, nun, wenigstens konnte ich noch ein letztes Mal ein Edel-Sanchulitropfen probieren, bevor ich sterbe. Immer positiv denken, Freunde, ne. Es nützt ja nichts, den Kopf hängen zu lassen. Ja, also es lohnt sich da schon so ein bisschen, ja, den Kopf hochzuheben. Ja, wie so ein Isis-Rebellt, ist einfach so, ne. Kollegah-Style, schon schwierig. Einfach den Kopf immer oben halten, ne. Ist so, so. Warum haben wir alle erst so zum Farmen, ne. In dem Mount, wer's nicht weiß, kann man Kräuter abbauen. Ne, musst du nicht mehr abmauten. Boys, es läuft. Rasgaji. Rasg-Gal-Ras. Mojambu verbündet sich mit einer Bande von außerhalb, um uns anzugreifen. Es mag ums Geschäft gehen. Aber dass er so weit gehen würde, hätte ich nicht gedacht. Weil er macht jetzt noch mehr Minus, ne, wenn er die Hand heuert. Wir brauchen so schnell, wie wir ihn planen. Dieser Hass, Alter. Dieser Hass. Was ist mit den Leuten? Das ist doch nicht der Drachenlord. Tongo. Wenn Mojambu die Bande von Tongo als Verstärkung angeheuert hat, haben wir noch mehr Probleme, als wir gedacht haben. Und darum hauen wir Tongo direkt um, ne. Kein Problem. Gestohlene Waren holen wir auch gleich zurück und natürlich die Banditen klingen. Warum nicht die Waffen gleich mitnehmen? Einmal den ganzen Posten ausräumen. Ich finde es viel interessanter, dass sie nie Probleme hatten, wenn die Bande hier ihr Lager hat. Ich sage mal, das Einzige, was sich davon abhält, wäre, wenn sie nur gerade auslaufen können und kommen hier an diesem Stein nicht vorbei. Und selbst hier, ihr seht es, wir driften selbst jetzt so ein bisschen nach links immer weiter ab, ne. Insofern könnte man da auch dran vorbeisliden. So, das war nie ein Problem. Aber jetzt, jetzt wo die angeheuert sind, ne, jetzt ist das ein Problem. Okay, Tongo wird gleich gefeidet. Oder gerade schon gefeidet. Vielleicht kriegen wir den noch. Ich würde hier trotzdem gerne erstmal diese beiden Heinis umpimmeln. So, wunderbare Sache. Oh, er haut ab. Er rennt weg vor ihm. Gnome-Magier 120. Ja, danke, dass du mir den servierst, ne. Also, ich nehme den mit, der hat kein Problem. Ja, guck mal. So, schön drauf auf den Kollegen. Wie soll er denn ab? Jetzt regeneriert er sich und ich kann nicht kicken, oder was? Hallo, kriege ich auch mal Aggro. Hast du Scheiß hier? Die miesen Allis wieder. Ich raste aus. Hallo, Herr Tongo. Herr Tongo. Ne, der entkommt jetzt. Why? Ich habe ihn doch angegriffen. Alter, diese Kack-Allis, ne. Du bist ein Gnom, oder? Du bist ein Gnom. Es war ein Gnom, oder? Ja, da muss ich gar nicht gucken. Natürlich ist ein Gnom. Alter. Why? Why, Mann? Gut, der kann jetzt, seriously, ne. Real Talk, kann der nichts dafür. Warum resettet denn der Mob und entkommt, wenn ich ihn gerade selber angegriffen habe? Was ist denn das für Scheiß? Dann schränken die doch nochmal um, oder nicht, ab einem bestimmten Punkt. Und dieser miese Tongo, Alter. Jetzt töte ich den schon aus Prinzip Scheiß auf die Quest, ne. Dreck, sag ich. Ja, die stecken ihre Waffen einfach in Sanse. Nehme ich die natürlich mit. Was ist mit denen, ne. Richtig kranke Pisser, Junge. Das geht doch nicht. Meine Fresse. Ich weiß nicht, wie es bei euch mittlerweile ist, vorne rein, äh, rein zonentechnisch. Ich habe ja jetzt meinen sechsten Char, glaube ich, oben. Ich habe jetzt alle Tank lassen oben und logischerweise auch als Tank gespeckt, ne. Sind jetzt alle auch auf dem Weg. Alter, ich muss dringend meine Beine nichts mehr überarbeiten, ne. Ich komme hier gar nicht klar mit dem sicheren Drücken der richtigen Fähigkeiten, Alter. Ziehe hier mal ein CD im denkbar schlechten Moment. Wobei es die Frage ist, ob es beim Quest einen denkbar schlechten CD-Moment gibt. Aber, wo ich drauf hinaus wollte, ich habe jetzt alle Tanks soweit oben, auch alle soweit müssig, beziehungsweise teilweise auch soweit raidfertig equipped, ne. Und ich habe immer noch dieselbe Levelroute. Ich fange immer noch an in Voldun, weil ich finde, Voldun ist so ein bisschen vom Levelscaling her, vom Ekelfaktor. Ja, ist das hier die Dschungelprüfung, wo man irgendwie Maden aus einem Schweinekopf essen muss, ne. Es ist einfach wirklich ekelhaft, umso höher man skaliert ist vom Level her, ne. Und dementsprechend nehme ich Voldun schon immer als erstes mit. Und, ja, dann geht das munter weiter, ne. Nebenbei lasse ich immer Dungeon-Browser laufen, so. Dungeon bringt ja auch immer so 15 bis 25 Prozent, ne. Also, das geht schon ganz gut ab. So kann ich eigentlich, muss ich keine Zone voll durchquesten, sondern immer nur das machen, wo ich Bock drauf habe, Mainstory mitnehmen. Natürlich ist gut, eine schon mal bis, ich weiß nicht, freundlich wohlwollend zu bringen, ne, weil man dann direkt einen 325er Umhang oder 320er kaufen kann bei dem Fraktionshändler, wenn man hier eine soweit gequestet hat, ne. Also, sprich, fang Voldun an, bring dann in der Regel Voldunai auf wohlwollend, lass nebenbei Dungeon-Browser laufen, hab dann schon große Teile geschafft, ohne die Zone überhaupt durchgespielt zu haben und kann mir dann aussuchen, ob ich noch in Nazmir oder eben in Zuldasar ein bisschen entsprechend am Rumpimmeln bin. Nebenbei immer die Kriegskampagne mitmachen, die bringt, wie gesagt, auch ganz gut EP. Und dann ist Leveln eigentlich ein mega smoother Prozess, ne. Ich sehe Leute, die sich mega aufregen, ich sehe Leute, die sich nicht equipped bekommen, ich sehe Leute, die nicht Leveln hinbekommen, ich verstehe es momentan gar nicht, ne. Ich finde es alles gar nicht so schwer und vielleicht ist das ja auch mal ein Video wert, aber wie gesagt, da ich es alles nicht so schwer finde, ne, kann ich mir nur vorstellen, dass es in der Regel einfach an Zeitmangel liegt, ne. Und dadurch fühlt sich natürlich alles gestreckter an, als wenn du an einem Tag mal so in sauren Apfel beißt und einfach mal gepflegt durchsuchtest, so 5 bis 10 Level machst und fertig ist die Laube, ne. Und dann selber mit dem Gearen alle Weltbosse, alle Rares, alle Weltquests mitnehmen, kleinen Dungeon einschieben und fertig ist die Laube, ne. So, deswegen weiß ich nicht, ob sich da wirklich ein Video lohnen würde, wo ich das mal beschreibe, wie ich levele, wie ich danach weitermache, wie am besten die Reihenfolge ist, Weltquests wird, Bosse, Rare, Dungeon, whatever, ja. Wie schnell die Weltquests auch... Was war das für eine Haltung? Skalieren, dass sich das lohnt, ob man mit denen jetzt anfängt, ob man erstmal schaut, ob man woanders Gear bekommt, dass dann das Weltquests-Item, was man kriegen würde, ne, was irgendwie anfängt zu skalieren mit 290 plus, dass es dann vielleicht lieber liegen gelassen wird am nächsten Tag, dass man dann schon auf 310 plus skaliert oder so ein Kram, ne. Weiß ich nicht, ob das Sinn war, weil für mich ist das ziemlich logisch, wie gesagt. Und ich glaube, bei den meisten scheitert es einfach an der Zeit, ja. Das ist eben das Ding. Und da kann man einen Guide machen oder eine Empfehlung aussprechen, wie man will. Wenn die Zeit nicht da ist, dann ist es halt schwierig, ja. Dann ist es halt schwierig. Und da können wir Guides und Videos machen, wie wir wollen, da werden wir diesem Problem nicht näher kommen, beziehungsweise dessen Lösungen nicht näher kommen. Ist Tongo besiegt, habe ich. Tongo ist Kopf. Jetzt, wo Tongo weg ist, müssen wir noch mit Mojumbo fertig werden. Machen wir auch kein Problem, Azerit auf unseren Nacken. Gestuhlene Waren haben wir am Start. Und natürlich, wir haben die Waffen. Toll, erst die Armköche, ne. Sammeln wir jeden Scheiß und jetzt klauen wir mal. Schön die Feinkostabteilung plündert hier, ja. Ich raste aus. Stammensbewaffnung. Ja, jetzt natürlich, wir haben die Waffen ja nicht auf ungefähr hier gesammelt, um die jetzt anzusehen, ne. Wir wollen natürlich jetzt hier auch unsere Leute, die kämpfen können, ne, gegen die Masse, weil da sind natürlich immer noch welche unterwegs. Wir haben ja jetzt nicht auch den ganzen Stamm von diesem Heini umgeholzt. Das heißt, wir brauchen schon ein paar bewaffnete Leute. So, die hat dieselbe Frise wie unsere, was war es, Rakera, ne, unsere Trollbegleitung, die wir dann im Tempel von Akunda wiedergefunden haben. Wollen wir mal schauen, ob die auch was drauf hat. Viele von euch haben auch geschrieben, ne, dass es ein schwieriges Thema ist mit Akunda und seinen Erinnerungen, dass man ja selber und der eigene Charakter auch durch das, was man erlebt hat und so geformt wird. Und dass man sich sicherlich, wenn man, vor allem zu viele Erinnerungen, seien es gerade auch, ja, formende, bewegende, gut oder schlecht rausschneidet, dass man sich dann schon auch selber verlieren würde. Und ob es dann fraglich ist, ob man dieses neue Ich haben wollen würde, ja, wenn man das alte eigentlich wirklich wegwirft, ja. So eine ganz schwere Thematik habt ihr auch so gesehen, fand ich sehr schön. Da hatten wir auch einige gute Kommentare dabei. Und da sind sie schon, Stammesbewaffnung. Ja, unten wird schon gekämpft und wir holen uns natürlich Mojumbo und kriegen eine Zweihandwaffe, ja, die erste, ne, 211, 214. Ich glaube, eine zweite habe ich noch gar nicht. Das ist das Problem beim Furorkrieger natürlich, ne. Dann haben wir eine gute, brauchen aber eine zweite. Blöd gelaufen. So, Mojumbo, guck mal, ich habe hier den Kopf von deinem Kumpel auf den er war. Zack, in die Phrase. Tongo von einem Fremden getötet? Ich muss ihn wohl überschätzt haben. Ja, gar keine Bande auch geknüpft, ne. So von wegen, ne, nicht mal scheiße, er war schwach, er war mein Liebling oder so, ne. Gar nicht sowas, sondern, ah, Fremdling, schön Fremdenhass, ihr Junge. Demo und gib ihm und wir sehen, das funktioniert nicht, ne. Hass kann man nicht mit Hass bekämpfen. Junge, weg mit dir, du miese Sau. Zack, auf den Kopf, sondern nur mit Furorwaffen. So geht das. Nein, nicht so. Und weg mit euch, ihr Lutscher. Ja, wichtig, die auch zu verfolgen, ne, nicht wegkommen lassen. Natürlich, sonst mäucheln die sich ja armen trotzdem mutter durch. So geht's ja nicht. Mojumbo, immerhin ist dieser Krieg jetzt vorbei und wir können in Frieden leben. Ich weiß nicht, wie ich euch für all das danken soll, was ihr für uns getan habt. Mit einer epischen Aufwertung. Ja, so nicht, Alter. Ich werde dir nie, ne, also, du stehst ewig in meiner Schuld. Die Aschenwimpel drohen. Und diese Quest werden wir nicht machen. Diese Quest ist so unfassbar ekel, ja. Bei dieser Quest haben wir nur Mobs, die mit Rauchbomben um sich werfen, so dass wir dann die Mobs verfehlen. Da haben wir Named-NPCs, die schneller spawnen als, weiß ich nicht, irgendwelche Murlocs sind bald von Elven. Die ist so reudig. Wenn ihr die auslassen könnt, dann lasst es. Wirklich. Also, vielleicht machen wir die als Gag oder so. Keine Ahnung, ganz am Ende, ne. Aber das ist wirklich, das ist storymäßig unfassbar unrelevant. Das ist einfach nur mega bad, diese Quest, Mann. Ganz im Ernst. So, Stamm der Tortaka. Nehmen wir an, wie viele Quests jetzt hier sind. Ne, ja, noch schnell mal ein Gesuchding hingehangen. Ne, hier auf der Klopapierrolle, auf der letzte geschrieben hier. Fürst da, auch gut, tolle. Sagt er jetzt was Neues? Was glotzt ihr mich so an? Ja, ist okay. Er hat eh nichts mitbekommen. Komplett weggeschossen, Alter. Und Attacke, er tötet mich doch. Wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Aber ich bin zu voll, um euch zu sagen, wo er ist. Das letzte Windlager haben wir auch. Und das war hier Rasgaji mit seinem Aschenwindgedöns. Guti, Freunde. Fast 112 wäre eigentlich schon direkt 112, oder? Also, das ist ja jetzt ein Katzensprung. Wir kommen ganz gut voran, meiner Meinung nach. Und ja, genauso ist es, finde ich, auch beim normalen Durchquestern. Durchquestern, ne? Bis jetzt also Leveln, kein Ding. Hi, wer bist du denn? Hahaha, war gleich wieder zum Ende. Hi. Na, Grüße geht raus. Moin. Juni, Freunde. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ja, bis dahin, haut rein. Und viel Spaß bei diversen Leveln. Bis dahin, haut rein. Habe ich eben schon gesagt, ich bin verwirrt. Ich bin immer verwirrt, wenn ich für ein Ingame treffe. Ne? Toll. Tschau. 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 Tschau.